und herzlich willkommen zu gönn dir was heute mache ich noch mal infos für euch wir quatschen so ein bisschen vor allen dingen ich habe hier den laptop vor mir stehen und möchte da einige kommentare beantworten ein bisschen dies ein bisschen das man hat ja immer einiges zu erzählen ja dann habe ich noch eine frage an euch ich brauche da so ein bisschen euer fachwissen und eure hilfe und ich würde sagen macht euch jetzt ein käffchen und was weiß ich holt euch ein brötchen oder die chips und dann legen wir los ja zuerst morgen also am sonntag kommt wieder ein werkel video ich habe meine werkel mädels ja ziemlich vernachlässigt die letzten monate und zwar machen wir eine pop up panelcard die wird werden aber mehr dann in dem video etwa wieder ein bisschen chaos aber wie gesagt dazu mehr in dem video und ja ich möchte schon versuchen allerdings so wie mir jetzt danach ist wenn ich keinen bock habe für zu werkeln dann lasse ich da auch die finger von weil das bringt überhaupt nichts aber ich möchte schon versuchen gerade auch für meinen meine werkel mädels ja dass da regelmäßig wieder was kühlt ja dann ich wieder also das wird jetzt hier wieder ein bisschen durcheinander ein bisschen werkel ein bisschen sensi ein bisschen allgemein so wie das ist wenn man quatscht was heißt quatschen ich führe hier einen monolog aber egal ich habe diese woche angefangen also einmal bis jetzt das kolorieren zu üben und da brauche ich eure hilfe und zwar also ich bin ja hier nicht der niedliche typ hier mit einhörnern otter nie fährt und co das ist ist nicht meins aber ich finde das halt unfassbar schön wie diese dinge koloriert sind ich bin ja eher so der florale typ und ich habe schon so für mich gemerkt mit alkohol markern ist überhaupt nicht meine welt ich bin mit aquarell stiften und bunt stift so und jetzt habe ich natürlich ähm äh 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 mit mylloni me surrounded mit preis symbol global Also es ist so ein Mix zwischen Buntstift und Aquarellstift. Die Polychromos. Ich habe im Moment, habe ich erstmal nur ein Mini-Set von Städtler Buntstiften. Von Städtler habe ich auch die Aquarellmaler Aquarellstifte. Die Buntstifte sind sehr hart. Da komme ich bedingt mit klar. Weil ich muss ja erstmal üben, mit den verschiedenen Drücken zu arbeiten. Hart, mittel, weich. Mit den harten Buntstiften fällt mir das leichter, wie mit den weichen Aquarellstiften. Allerdings, wenn es dann nachher so, dann liebe ich lieber Aquarell. So, komm mal zum Punkt, Nicole. Die Polychromos. Sind das weiche Stifte oder sind das harte Stifte? Wenn ihr das wisst, wäre ich total lieb, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Weil in den Videos, wenn ich das so sehe, die kann man so wunderbar verblenden. Und ja, also, wenn ihr das wisst, ob weich oder hart, schreibt mir das mal bitte in die Polychromos. So. Nicole, jetzt sammle dich nochmal und mal ganz in Ruhe hier. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ja, wie gesagt. Da habe ich total viel Spaß dran. Und ich habe ja früher mal hier sentengelt. Aber jetzt auch, wie das halt bei mir ist. Ich bin von irgendwas begeistert. Dann mache ich das eine Zeit lang exzessiv. Und dann ist aber auch wieder Schluss mit lustig. So ist das halt bei mir. Ja, was habe ich denn hier? Ja, da habe ich halt hier, ne? So diese Sachen gemacht. Alles nur so auf den kleinen Kärtchen. Oder das. Und ich fand das total entspannend. Und ja, hat mir wirklich gefallen. Das hier gefällt mir auch gut. Ja, was habe ich noch gemacht? Hier, meine Buchstaben. Das war so meine Lieblingsblume. Oder mein Blatt. Mein O. Mein C. Das fand ich richtig cool. Und da habe ich es halt auch schon so geliebt. Ja, Schatten zu setzen. Und ja. Aber Centengeln ist im Moment nicht so meins. Aber falls ich auch mal Lust habe. Ich habe ja alles da. Ja, und ansonsten bin ich hier wirklich dran. Ja, weiter am Kartenwerke. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir komplett die Basics fehlen. Also mit Basics meine ich Rahmen. Ja, in rechteckig, in quadratisch, in rund. Und ich habe nur von SU die hier bestickten Dinger. Ja, das war ja das Set mit den Rechteckenkreisen und Ovalen. Aber die größte, größte... Die größte Größe ist so klein, das passt ja überhaupt nicht auf die Karte. Das ist ja für einen Akzent zu setzen. Ja, aber nicht für die Lagen da mitzumachen. Ja, und damit werde ich mich dann eindecken. Ich habe da auch schon Dinge im Auge und ja. Aber nicht von SU, sondern von anderen Firmen. Aber dazu, wenn ich dann hier habe, werde ich dazu auch ein Haul drehen. Ja, und ansonsten bin ich froh, aber ich glaube, das muss ich ja nicht wirklich erwähnen, dass es im Moment wieder schön kühl ist und auch mal regnet zwischendurch. Und ich habe trotzdem noch den Ventilator an. Ich hoffe, ihr hört es nicht, aber ich kann es nicht ohne, sonst gehe ich kaputt. Dann hatte ich einen kleinen Arbeitsunfall. Aber gut, das ist Berufsrisiko. Und zwar ist mir ins Gesicht geboxt worden. Gott sei Dank habe ich eine Brille an. Und ja, die Dame hat mich halt mit der vollen Faust, ne, hat sie mir, ja, hat sie die Brille, sprich, das rechte Auge erwischt und ja, man sieht hier noch so ein bisschen, das ist ja noch dick und ja, mir tut, klar, der Knochen tut weh, weil, ne, wenn du da voll Karacho eine Trophiebox kriegst, das ist auch hier noch ein bisschen, ne, geschwollen. Aber wie gesagt, das ist halt Berufsrisiko. Äh, die Dame kann auch nichts dafür. Und, ähm, ja, aber da war ich dann erst mal so, ne, geschockt und, ähm, ja, ich kann ja dann nicht auf der Arbeit sitzen und drei Stunden kühlen, weil es muss ja weitergehen. Ähm, ja, und einen Tag später hatte ich frei und hab dann ordentlich gekühlt und gemacht. Und, ähm, ja, die Schwellung ist halt auch schon gut zurückgegangen. Ähm, und ich denke, das wird doch nicht blau oder so. Ja. Ha, ha, ha. Das ist ja das zweite Mal in, in all den ganzen Berufsjahren, ähm, beim ersten Mal, äh, ist auch meine Brille getroffen worden und die ist damals kaputt gegangen. Und seitdem habe ich halt, äh, diese extrem flexiblen Brillen, ne, und, ähm, ja, wie gesagt, ich war froh, dass ich die, äh, anhatte, äh, weil wenn die mich voll getroffen hätte, ohne Brille, äh, da hätte ich aber ein schönes Pfeilchen gehabt. Na, also, sag, gerade die Stüffel. Und das ging so flott. So schnell konnte ich überhaupt nicht reagieren. Zack. Hatte ich die Faust im Gesicht. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, Dümpel ich, was heißt dümpel ich, dümpeln hört ja, hört sich ja auch so ein bisschen, so ein bisschen negativ an, so, äh, ne, dümpeln, dass man so ja nichts macht, äh, nee, das ist nicht so, aber ich lasse mich so von meinem Gefühl her leiten, ne, Dinge, wozu ich Lust hab. Ja, manchmal muss ich mich auch ein bisschen in den Hintern treten, ne, so, komm jetzt, was weiß ich, kram mal den Staubsauger raus und saug mal. Ja, aber ansonsten lasse ich mir richtig gut gehen und, äh, ich hatte ja jetzt erst Urlaub, halt hier ist ja meine erste Arbeitswoche wieder und ich hab den Urlaub so genossen. Und sowas kann ich ja extrem gut. Ne, äh, äh, mit so Kleinigkeiten, ne, dass ich mich freue, äh, so ganz bewusst freue, ich muss auf keinen Wecker hören, ich hab keine Zeit im Nacken, ne, und wenn ich hier morgens zwei Stunden im Schlagern so rumrenne, ja, geil, ne, ich hab Urlaub. Ja, oder, äh, oder gemütlich, äh, in ein Edi-Geschäft laufen, äh, 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 oder in die Bäckerei laufen, schön Brötchen holen und, keine Ahnung, morgens um elf dann frühstücken, obwohl ich schon fünf millionen stunden wach bin so was halt ich kann machen was ich will habe auf der terrasse gesessen wenn es nicht zu heiß war weil ansonsten habe ich in der höhle gelebt alles hier verbarrikadiert aber das ist halt jeden sommer dieselbe oder das selbe drama mit mir aber wenn ich dann rausgegangen bin und habe dann so meine terrasse angeguckt und meine ganzen blümchen da so halt ich war auch nicht weg weil warum ich habe es ja eh schon mal erzählt ich bin eh nicht so der reisetyp und alleine sowieso schon mal nicht und ich kann mir das so wunderbar gemütlich zu hause machen ja das war schön da waren wirklich wunderschöne zwei tage zwei wochen wunderschöne zwei wochen da hatte ich einen tag drin oder das ja auch sehr sehr selten bei mir wurde mir stinkend langweilig war ich wusste nichts aber auch gar nichts mit mir anzufangen null ich wollte alles machen aber mir war so langweilig dass ich im endeffekt nichts gemacht habe und irgendwie so ein bisschen miese petrich dann ja dumm bei netflix youtube und co rumgeguckt habe habe ich sehr 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 selten gott sei dank weil normal weiß ich mich immer zu beschäftigen aber an dem tag ich bin irgendwie schon so kratz ja doch komm so kratzbürstig aufgestanden so keine ahnung warum es ist ja nichts passiert oder so naja und das zum frühen abend hin wurde dann besser da frage ich mich dann auch warum und wenn ich sowas habe versuche ich ja schon meine meine stimmung zu verändern weil ich keinen bock habe mir damit so den tag zu versauen aber das ist mir nicht so ganz gut gelungen war auch gut dass ich an dem tag keinen besuch bekommen habe weil wie gesagt ich war ein bisschen kratzbürstig keine ahnung warum ja besuch ich hatte einiges an besuch das fand ich auch total schön da hat man schön draußen gesessen und gequatscht und hat sich gut gehen lassen ja ach ich liebe ja sowas ja das war mein urlaub und der kam mir auch extrem lang vor also normal ist ja und ich denke das geht euch ja auch so wenn du urlaub hast ja zack bumm vorbei aber hier kam mir diese 14 tage wirklich lang vor weil ich weiß nicht wahrscheinlich weil ich jeden tag so bewusst erlebt und genossen habe also das war echt schön und dann ist mir aufgefallen so nach anderthalb wochen so irgendwie hey nicole du hast noch nicht einmal auswärts gegessen oder hast dir irgendwie was kommen lassen ne ich habe schön brav anderthalb wochen für mich gekocht und dann denke ich ne heute nicht heute hier ist das feudal essen das habe ich gemacht ich habe mich in ein auto gesetzt und bin zum burger king gefahren hab mir das zum mitnehmen geholt bin aber da auf dem parkplatz und hab dann meinen burger vertilgt und bin dann wieder nach haus gefahren feudal essen aber fand ich gut ne musste ich nicht kochen ich hatte so null bock an diesem tag für mich zu kochen und keine ahnung also ich hätte auch nicht gewusst was ich kochen soll und dann denkst du ja jetzt fährst du feudal essen fährst du zum burger king ich muss halt selber über mich schmunzeln aber ja war lecker und ja war gut oh ne also manchmal hilfe hilfe ansonsten ja ist ja halt mit so viel passiert ne achso ich habe hier nochmal geräumt oder endlich mal geräumt hier meine papierfächer ja und jetzt habe ich sogar zwei fächer noch frei stell euch das mal vor ja was ich aber brauche oder mir noch bestellen möchte ist hier so ein dümo gerät zum beschriften zum beschriften ähm damit ich weiß in welchem fach welche papiere sind weil sonst muss ich da rum suchen wie bekloppt da habe ich auch keine lust zu und ich habe so ne grottige schrift äh ne sonst würde ich mir selber einen zettel dran machen und das dahin kleben aber das will ich nicht weil äh ja ich halt so ne eklige schrift habe und ja ne ich bin hier Frau Pusteblume und ja hm so ich würde sagen sollen wir mal mit den mit den kommentaren anfangen wie lange oh schon 20 minuten gleich wieder ich würde sagen wir fangen mal an ich habe mir wie gesagt extra meinen schleppi hier Platz hätte wäre auch cool mein schleppi hier hoch geholt ja also ich fange jetzt mit dem ersten an achso ja die with box von juni da sagt Carina Schröder danke für meine Ehrlichkeit ja absolut weil äh was soll ich denn hier einen vorspielen wenn die Sachen mir nicht gefallen ne oder ja es nicht so meine Richtung ist also hm so bin ich nicht ähm so war ich nie äh weil das finde ich absolut ätzend äh wenn da irgend was vorgespielt wird also ja also ihr könnt euch sicher sein ihr kriegt hier meine ehrliche meinung so dann hatte Susann K äh 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 älteres Video von einer Clubbestellung ähm kommentiert wo sie äh wo ich diesen Buzzworthy glaube ich zum ersten Mal erwähnt habe und da schreibt sie jetzt ähm ähm dass der damals irgendwas mit den äh mit einer hier der Transformers Kollektion zu tun hatte und das wahrscheinlich eine Lampe gab sie weiß es aber nicht genau und ja solche Infos finde ich auch sehr interessant weil wie gesagt manchmal schlüpfen mir auch Dinge durch so so dann fragt mich Isabelle Meier da geht um Werkeln und zwar hat sie ein altes Video gesehen wo ich äh Formiran Blumen gemacht habe und äh sie fragt mich ob sie da eine Handstand sie hat eine Blumenhandstanze von SU ob das damit auch geht ne Isabelle weil die Stanzen das Formiran nicht durchstanzen du brauchst da eine Stanzmaschine und Stanzen die du durch die Stanzmaschine ähm schmeißen kannst also wie jetzt na zum Beispiel ne hier sowas ne also das geht leider nicht mit Handstanzen ich hoffe du guckst das Video hier also ich werde das im Titel auch extra beschreiben dass ich eure Kommentare hier beantworte so ja dann habe ich etliche Kommentare gekriegt zu der letzten Whiffbox oder ne für diesen Monat die Whiffbox und ähm dass das gut ist dass äh ja man irgendwo eine Whiffbox sehen kann ähm und sich dann entscheiden kann ob das was ist oder nicht so so mhm achso Sternschnuppe ähm ja sie bedankt sich für die für die Videos von mir und fragt aber äh so von wegen sie ist auch noch nicht so lange beim also auf meinem Kanal und äh fragt dann sie wird gerne mal meine komplette Sammlung sehen liebe Sternschnuppe ich hoffe du guckst das ich habe schon ein Video wo ich äh die damalige Wachssammlung gezeigt habe irgendwie meine XXXXL Wachssammlung äh ich habe auch schon ein Video wo ich meine Lampen vorgestellt habe also guck da mal rein geh mal in die Playlist und guck unter Duftvideos ne da wirst du das dann finden so dann hat mich Alexandra äh Wellendorf ein ganz altes Werkevideo wo ich äh das Mystic Book Cover gemacht habe äh fragt sie mich ob ich ihr einen Link bezüglich äh des Nasspapieres schicken kann ne gib einfach bei Google Nasspapier ein und äh da kriegst du dann genügend angezeigt ne sooo genau und zwar Tina M vor zwei Wochen hat sie geschrieben äh da hatte ich das Video hochgeladen die stärksten Sensi Düfte und da schreibt sie äh äh ich habe ihr gesagt Schimmer dass Schimmer wirklich ein Powerhouse ist ähm und dass das bei ihr in der Lampe nicht wahrnehmbar ist und sie schrieb aber auch schon direkt ne äh weil halt alles offen ist äh Küche Esszimmer Wohnzimmer ja ähm das spielt natürlich eine riesen Rolle bei Düften ne die Raumgröße ähm wo die Lampe steht also das sollte man nicht meinen ne also etwas zu verdüfteln ähm da ist eigentlich sehr sehr viel bei äh zu beachten es ist nicht nur einfach irgendwas hinstellen und dann düftelt das ne so also Raumgröße äh die Luftzirkulation im Raum und ja welches System benutzt du und 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 da gibt es ja einiges zu beachten so hm hm ach ja äh äh C.Sunshine fragt mich auch unter dem Video die stärksten Düfte welche Duftöle ich für den Diffuser empfehlen kann also ich hatte hab noch nicht so viele äh äh Duftöle ich hab hatte einmal ähm diese Kombi damals aus der Weinträume Quentinstags Kollektion mit diesen kleineren Flächchen den äh 5ml Flächchen die ich persönlich viel besser finde als diese riesen Dinger und ähm aus der Schatztruhe hatte ich mir damals die Herbst Kollektion geholt die ist glaube ich auch immer noch verfügbar so die sind mega gefallen mir extrem gut und dann hab ich aus dem aktuellen Katalog lass mich mal gerade Sweet Eukalyptus Lime äh pikante Grapefruit Limette äh und süßer Eukalyptus Hammer also wenn du auf Zitrich stehst hol dir den also den kann ich wärmstens empfehlen weil er halt Zitrich süß aber nicht quietschig süß ist und dann hab ich noch Coconut Sugar Kokos Zucker cremige Vanille und ein Schuss Kirsche ähm der ist ziemlich schwer das ist jetzt nix für meinen Sommer für meinen Sommer das ist jetzt nix für den Sommer finde ich aber auch nicht schlecht aber der ähm Sweet Eukalyptus Lime den finde ich den präferiere ich der ist wirklich toll und dann hab ich noch einen aber ich weiß nicht ah ja dann hab ich noch äh Rose Water Lavendel ein wunderschöner Rosenduft mit Lavendel das ist aber wirklich nur was für Menschen die äh Rose lieben und Lavendel lieben weil die Rose kommt extrem gut durch und im Hintergrund nimmst du den Lavendel wahr der ist schon speziell dieser Duft äh und auch nicht also für mich jetzt auch nicht äh für jeden Tag was äh ach der der verteilt sich so schön im Raum also der ist auch richtig toll und dann hab ich aber noch ein irgendwas jetzt weiß ich nicht mehr genau irgend ich weiß nicht ob es der Karamell Vanilla Strawberry war oder irgendwie ein anderer irgendeiner mit Erdbeeren noch der überzeugt mich gar nicht den nehm ich auch nicht so wirklich wahr ne Erdbeere wieder ja aber wie gesagt so viele Öle hab ich nicht und ähm ja ich denke der Diffuser wird sowieso im Winter mehr zum Einsatz kommen wie im ne jetzt zu dieser Jahreszeit äh weil du dann halt die Heizung anhast ne und der ist ja nicht ausgelegt um den Raum zu befeuchten von Svenzi ja das sag ich ne bewusst hier zu ähm aber natürlich ne wenn wenn der Dampf rauskommt das verteilt sich ja auch im Raum ja so also im Winter Herbst Winter äh wird er wird er wieder mehr am Start sein so liebe c.sanschein ich hoffe ich konnte dir die Frage beantworten mhm 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 was meinst du damit wenn du sagst das habe ich nicht im Club so der Club ist ein kostenloses Abo was du bei Sensi erstellen kannst in drei verschiedene varianten einmal dass du monatlich ähm deine Ware bekommst alle 2 Monate oder alle 3 Monate in diesen Club kannst du außer lampen alles mögliche packen dinge die du immer haben willst aber das besondere da dran ist und deswegen habe ich ihn da du in den club deine lieblingsdüfte reinschmeißen kannst und selbst wenn die dann aus dem sortiment fallen und nicht mehr hergestellt werden für dich persönlich wird dieser duft dann hergestellt und du bekommst den immer solange du den in deinem club hast so das war jetzt ganz kurz erklärt ich hoffe du kannst dir jetzt ein bisschen was darunter vorstellen aber geh mal auf die seite deiner beraterin da ist der club auch richtig gut erklärt so so yvonne c hat noch gefragt ob man bei dem palm tree and ocean breeze die kokosnuss extrem rausriecht ich finde nicht aber das ist ja wieder für jede nase anders aber ich finde nicht so 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 yvonne c fragt nochmal womit ich pink sugar berry mint miche yvonne das ist ganz unterschiedlich oft mit fruchtigen Düften hier Paradise Punch Mad About Melon sowas halt oder aber mit Vanilla Waves oder Vanilla Bean Buttercream aber da kann man kann doch ruhig mal ausprobieren ach so und ich möchte noch mal erwähnen ich bin keine Beraterin ich bin nur eine ganz normale Kundin ich bin jetzt auf Insta schon öfters jetzt mal angesprochen worden ob ich eine Gruppe habe wo man rein kann und 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 also keine Beraterin nur bekloppte Kunden ok dann schreibt Gabi C auch wieder zu einem ganz alten Video von mir wo ich Mystic das Mystic Book Cover gemacht habe dass ihr die Musik nicht gefällt dass die Musik total schrecklich ist und sie halt im Konflikt ist eigentlich muss sie im Ton ausmachen aber dann hört sie ja nicht was ich sage mit dem Thema Musik das ist halt immer so ein Ding die einen mögen das die anderen mögen es nicht da kannst du keinem recht machen ich werde in den Parts wo ich nicht quatsche und wo ich auch kein Voice Over mache ich werde immer Musik reinspielen weil ich das persönlich schöner finde ich mag das nicht wenn Totenstille herrscht also das tut mir leid aber wie gesagt Gabi ich kann das nicht jedem recht machen genau das Ju hat vor drei Wochen kommentiert dass sie eher so cremige Düfte liebt und ob ich ihr da helfen könnte und ein paar cremige Düfte die für mich und meine Nase cremig sind sagen könnte das ist sehr sehr schwierig finde ich weil so viel ich schreibe das auf meine Liste und dann mache ich mir mal Gedanken darüber weil ich finde wirklich cremige Düfte die ich cremig finde das ist wirklich schwierig ja wie gesagt ich schreibe es auf meine Liste so dann fragt mich Yvonne C. nochmal ähm Paradise Punch findet sie gut ähm bei ihr er ist aber lasch in ihren Augen wie ich ihn finde also äh Paradise Punch performt ja ein bis zwei Tage wirklich gut und dann ist aber auch bei mir vorbei ne sonst wäre er in dem Video die zehn stärksten Düfte wieder Yvonne ähm sie fragt auch ähm ob ich immer selber mixe also nach meiner Nase und nach meinem Gefühl und worauf ich Lust habe oder ob ich da Rezepte habe äh ich weiß aber da habe ich noch nie nachgeguckt bei Pinterest und so gibt es wohl Rezepte äh zu mixen aber wie gesagt das nutze ich nicht ich mache das nach Gefühl so wie ich das gerne hätte wie mir danach ist und sie fragt mich jetzt äh äh Coral 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 finde ich gut ne oder Matt braucht Melen irgendwie was leckerfruchtiges Yvonne ob mir äh aufgrund der riesenmenge die ich an Wachs habe auch schon mal was umgekippt ist äh ob das überhaupt passiert und wie lange man die Bars liegen lassen kann ähm ein einziges Mal ich weiß aber auch schon gar nicht mehr was das für ein Duft war ähm das war ein sehr sehr alter Duft den hatte ich fast vier Jahre liegen ne also und dann darf der auch umkippen und die Farbe verändert und nicht mehr wirklich gut riechen Garantie hast du halt für ein Jahr aber ich habe hier Bars liegen die sind ähm ähm drei Jahre und da ist nix ne aber vier Jahre das ist schon äh schon grenzwertig so und äh das passiert mir auch nicht mehr weil ich nix mehr so lange liegen lasse warum ne die Sachen sind da um zu benutzen und nicht um zu hochten und auch wenn ich extrem viel Wachs habe ich verbrauche sehr viel ne weil ich viel Düfte viele Lampen habe und ja deswegen äh wird bei mir nix mehr schlecht so jetzt kommt noch mal eine Werkel Frage mhm Isabel Mayer da habe ich äh ne äh ein Mixed Media Projekt äh da habe ich so ein Osterei MDF habe ich äh gewerkelt und da habe ich äh die Sprühfarben wieder benutzt und sie fragt mich ob man die Sprühfarben ähm nicht selber machen kann klar kannst du das ne du brauchst nur Pigmente machst Wasser bei und äh hast dann deine Sprühfarben ich habe ja hier zum Teil auch ähm Flaschen wo ich selbst gemixt habe äh das ist kein Thema ne du musst die nicht kaufen dann musst du aber allerdings die Pigmente kaufen aber das ist kein Thema ne das kannst du selber machen ja mhm ja das war es jetzt so im Großen und Ganzen mhm ah tausend Kleinigkeiten genau hat mich gefragt was ich mit dem Wachs mache äh wenn er ausgedüftelt ist den schmeiße ich in Müll weil was soll ich damit ähm ob man daraus Kerzen gießen könnte empfehle ich nicht mhm weil äh mit Kerze und doch das wird einfach zu heiß und ähm dieser Wachs von Sensi ist dafür ausgelegt um der ist ganz weich ne um bei Niedrigtemperaturen flüssig zu werden und ähm wenn du da draus eine Kerze machst das verbrennt das ist nicht ne keine Empfehlung überhaupt nicht ähm und deswegen also wie gesagt ich schmeiße das in den Müll weil äh was soll ich damit ja mhm 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 ja das war es jetzt aber äh ja das war jetzt so das wichtigste an an Kommentaren ähm ihr seht mehr ähm duftige Kommentare was der Logo ist es kommen ja mehr Duftvideos wie Werkelvideos aber oh Gott oh jo heute ist wieder Sabbeltag oh ihr habt ja gestern meine Clubbestellung gesehen ähm also Fiji Flower wie schon beim Düfteln äh nee nein ist nicht so ganz meins ja so gibt es noch was hier regnet gerade wie aus Eimern yeah sonst gibt es nichts ja ich habe mich neulich nochmal hingesetzt und ähm wollte nochmal äh ein mixed media ähm eine mixed media leinwand machen es ging nicht ging einfach nicht ich konnte nicht ich wusste nicht wie ja so verschiebt sich das jetzt ist halt eben alles wieder anders ja mhm nö so ich würde sagen wir sind fertig denkt bitte wegen dem Polychromus mir das zu schreiben und ja Däumchen nach oben freue ich mich sehr drüber und wir hören uns und sehen uns bis demnächst ciao ciao